Bum, 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 was ist Meta oder wie Fische fliegen lernen? Was brauchen wir dazu? Das gute alte Paint.net. Machen wir ein bisschen Game Studies. Also, was ist das Problem von Hearthstone oder generell von Meta? Was ist Meta überhaupt? Meta ist im Prinzip der effektivste oder effizienteste Weg, etwas im Spiel zu machen. Das ist das eine. Allerdings ist die andere Bezeichnung, dass sich verschiedene Lösungen für ein Problem etablieren in einem Spiel. Das heißt, zum Beispiel in Hearthstone verschiedene Decks, das sind die Lösungen, was ist zum Beispiel am besten, was hat die Höchste Win Rate oder so. In Abhängigkeit zu allen anderen Lösungen, die alle anderen Spieler bringen. Wenn die miteinander connected sind. Das heißt, wir reden hier von Multiplayer-Spielen. Dazu muss man wissen, dass Spiel an sich eine Problemstellung oder ein Problem ist. Und ich mache das halt am Beispiel von Golf jetzt mal. So, das ist das Golfloch und das ist der Golfball. Das könnte auch eine Kartoffel sein und ein Ei. Aber okay, wir sagen, das ist der Golfball und das ist das Golfloch, damit man es erkennt. Was ist das Problem? Das Problem ist, bringe Ball in ein Loch. Hier. Das ist das Problem. Wir nennen es einfach mal P. Und das Problem ist gleichzeitig das Spielziel. Das heißt, das Spielziel von Golf ist, bringe Ball in ein Loch. So, das ist jetzt relativ simpel. Und das ist furchtbar langweilig. Das wäre zu langweilig, dieses Spiel. Werfe Ball in ein Loch. Weil ich nehme den mit der Hand und bringe den in ein Loch. Das heißt, wir haben ein Regelsystem. Eine Regelstruktur. Regeln. Regeln. Und was machen die Regeln? Die beschützen das Problem, davor gelöst zu werden. Das heißt, wir sagen, okay, hier übrigens, du darfst ihn nicht in die Hand nehmen. Das ist die erste Regel. Du darfst den Ball nicht in die Hand legen, außer um ihn auf deinen Abschlagplatz zu setzen. Und übrigens, du startest auch hier, du startest hier einfach 300 Meter entfernt. Ja. Das heißt, wir erfinden verschiedene Sachen, um diese Grundsatzaufgabe schwer zu machen, Ball ins Loch zu bringen. Und du brauchst, übrigens, du darfst den Ball nur mit so einem ganz komischen Schläger hauen und so. Und auf einmal wird ein Spiel da draus. Aus diesem Problem. Und das Spielziel ist nach wie vor, aber das Grundproblem. So, was hat das jetzt mit Harzson zu tun? Wie gesagt, in Harzson ist das Spielziel, bringe den Gegner von 30 auf 0 und du spielst gegen einen. Golf spielst du ja nicht direkt gegen, also spielt man gegen andere Spieler, die quasi das gleiche Problem haben und parallel versuchen zu lösen. In Harzson ist es so, dass du gegen die arbeitest. Das heißt, du kannst auch quasi die behindern, was du jetzt beim Golf nicht unbedingt machen kannst, außer du rufst ihnen zu, irgendwie Hose rutscht, wenn irgendwie keine Ahnung was, whatever. Mir fällt jetzt kein besseres Beispiel ein. Das heißt aber, dass die zwei Spieler gegeneinander spielen und die zwei Spieler queuen auf der Ladder ineinander rein. Und der eine Spieler spielt einen Control Warrior und der andere spielt einen Face Hunter. Der Face Hunter sagt, was ist das Spielziel? Wir bringen den Gegner von 30 auf 0, ja. Das heißt, in Harzson ist das eigentliche Problem, 30 leben beim Gegner. Und die müssen auf 0. Ja, das ist das Spielziel in Harzson. Aber dadurch, dass ich das gegen einen anderen Spieler mache, ist quasi Spieler 1 und Spieler 2 Teil dieses Problems. Das heißt, ob das funktioniert oder nicht und wie gut ich darin bin, ist immer abhängig von meinem Gegner. Und da der Gegner zufällig ist und in meinem Rangbereich ist und dementsprechend ähnlich stark sein sollte wie ich, hängt es davon ab, welches Deck ich spiele. Das heißt, das eigentliche Problem in Harzson ist, was ist das beste Deck? In Abhängigkeit von dem gegnerischen Deck. Deck 2 im Prinzip. Ihr wisst, was ich meine. Und dieses Problem nennt man Meta. Das ist jetzt nicht hübsch, aber man kann es erkennen. So, und das ist das eigentliche Ziel. Das eigentliche Problem. Ja, das ist quasi eine Deklination, wenn man es genauer nimmt, von diesem Grundproblem 30 Leben zu haben. Soweit so gut. Das heißt aber, dass die Spieler miteinander vernetzt sind. Weil die Spieler, was haben die gemacht, um dieses Problem besser zu lösen? Die haben ganz viel gespielt. Die haben verschiedene Trainingstools wie Abschlagplätze, wo man den Abschlag übt und Puttingplätze, wo man das Putten übt und so weiter und so fort. Und Trainer und keine Ahnung was. Ja, so sind die Spieler besser geworden, dieses Problem zu lösen. Was haben die Spieler hier gemacht, um dieses Problem zu lösen? Wie sind die da besser geworden? Sie haben Daten gesammelt. Sie haben angefangen, erst mal auf Harzporn Decks auszutauschen. Das heißt, Austausch. Die Spieler haben sich ausgetauscht. Am Anfang war die Meta nie gelöst. Nie wirklich gelöst, weil es diesen Austausch nicht gab. Du hast ein gutes Deck gefunden. Du konntest dieses gute Deck früher über Monate spielen. Ja? Ohne, dass du jemals einem zweiten Spieler begegnet bist, der dieses Deck kopiert hat. Das war absolut insane. Du hast damals ein gutes Deck gebaut und du hast alles damit verprügelt für Wochen. Für Wochen, sage ich euch. So, das heißt, Austausch. Was haben sie noch gemacht? Sie haben angefangen, Profis zu etablieren. Das heißt, die besten Spieler wurden Pros. Und die konnten, die haben damit Geld verdient. Und damit viel mehr Zeit reingesteckt. Das heißt, die Spitze an Spielern ist viel besser geworden, dieses Problem hier zu lösen. Dann haben sie angefangen, Math Data zu sammeln. Math Data. Und zwar, Vicious Syndicate als erstes. Also Tempostorm eigentlich so. Tempostorm, Metareport als erstes. Wobei das noch nicht Math war. Das war so dazwischen. Die Pros haben dann quasi sich zusammengesetzt und gesagt, okay, wir versuchen die Meta zu lösen und sagen euch, was ist das Stärkste. Tempostorm ist quasi eine Vorstufe von Math Data und von Pros gemacht. Dann haben wir Vicious Syndicate. Die sind als erstes mal hergegangen und haben Deck Tracker. Übrigens hier auch noch Deck Tracker. Tracker schreibe ich einfach mal hin. Tracker. Ja, und verschiedene Webseiten, die eben diese Lösung auch publik machen. Das heißt, das publik machen und bereitstellen an die anderen Spieler, die auch Teil von diesem Problem sind. Und damit Vernetzung ist so der eigentliche Punkt. Tempostorm, Vicious Syndicate und dann natürlich HS Replay. Und HS Replay ist im Prinzip Vicious Syndicate bloß mit einem größeren Datensatz, weil die sich aus dem Tracker speisen. So, das heißt aber, wenn wir sagen, als Spielehersteller stellst du ein abstraktes Problem dar, äh, zur Verfügung. Das ist das Spielziel quasi gleichzeitig. Das heißt, wir haben ein Problem. Und in Online-Spielen ist es so, wenn, in Multiplayer-Spielen ist es so, dass wir einen Schwarm haben. Und dieser Schwarm an Spielern versucht, dieses Problem zu lösen. Und wir haben jetzt hier einen Schwarm. So, früher war Hartz und das hier. Das war ein Schwarm an einzelnen Spielern. Jeder Punkt ist ein Spieler hier. Und die haben einfach gegeneinander gespielt, aber die waren nicht connected. So, was ist dann passiert? Der Schwarm ist größer geworden. Viel größer geworden. Wir haben 100 Millionen Aktive, was auch immer das heißt, Spieler. Der Schwarm ist viel größer geworden. Und vor allem die guten Spieler, dadurch, dass die Pros werden, die sind quasi dickere Fische geworden. Die sind besser geworden im Lösen des Problems. Und die haben angefangen, sich zu connecten. Die Pros erst untereinander. Später aber auch alle. Das heißt, an sich hat sich so ein Netzwerk hier entwickelt. Ja, sieht jetzt nicht so hübsch aus. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Und vor allem haben die Fische dann, sagen wir mal, das ist ein Schwarm aus Fischen, das kann man auch so vergleichen, metaphorisch betrachtet, haben dann diese Werkzeuge dazu bekommen. Aber da, das muss man mal zurück machen. Haben diese Werkzeuge dazu bekommen. Methode, verschiedene Methoden quasi. Und Methode ist altgriechisch für Werkzeuge. Ja, Werkzeuge. Das heißt, auf einmal die Fische, zum Beispiel der Fisch hier, der Dicke, der hat auf einmal in der Sprache gesprochen, der hat auf einmal fliegen gelernt, der Fisch. Und kann auf jeden Fall das Problem dann viel leichter lösen. Weil der quasi diese ganzen Werkzeuge zur Verfügung hat. Und dieser Fisch lernt fliegen hier. Und sein Trainingspartner lernt auch fliegen. Und dann sagen die das anderen. Und die lernen halt alle fliegen. Und die sagen es dann bis hin zum Casual-Spieler. Sogar Casual-Spieler verwenden. Ja, als Replay. Und so weiter und so fort. Das heißt, im Prinzip hat der ganze Fisch warm, kommt auf einmal und fliegt um die Ecke. Und du als Publisher, der das Problem hier stellt. Also das ist jetzt quasi Blizzard als Publisher. In dem Beispiel jetzt. Das gilt auch für andere Kartenspiele im selben Fall. Du stellst das Problem dar. Und der Schwarm hier. Der versucht dein Problem zu lösen. LSG steht für Lösung. So. Jetzt ist aber der Schwarm viel besser im Lösen geworden. Von dem Problem. Als du im Herstellen des Problems. Weil du bist immer noch genauso gut vom Herstellen des Problems. Du bist vielleicht ein bisschen besser geworden, als du am Anfang warst bei Hearthstone. Manche Karten sind nicht mehr so busted. Aber das Verhältnis, wie du besser geworden bist im Problem bauen, steht in keinerlei Relation zu, wie sehr besser der Schwarm geworden ist. Mit all den Methoden. Und weil er gewachsen ist und Profis hat und so weiter. Im Lösen. Das heißt, das Verhältnis Blizzard zu Problem ist quasi nicht adäquat gewachsen. Im Vergleich zu Schwarmlösung. Wenn man hier einen Bruch reinziehen würde. Und das ist ein Problem, weil der Schwarm löst dir jedes der Probleme, die du baust. Das heißt, eine neue Meta. Das heißt, wenn du neue Karten printest zum Beispiel, löst dir das einfach viel, 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 viel zu schnell. Und das ist das Hauptproblem. Das heißt, was musst du jetzt als Blizzard machen, wenn du sagst, okay, irgendwie die Spieler lösen mir das Ding einfach zu schnell. Und die Meta wird eventuell langweilig. Weil, sagen wir mal, so wie die Meta im Winter war, war halt nach relativ kurzer Zeit klar, dass Combo-Decks die Besten sind. Und das Einzige, was dagegen gut ist, sind Argo-Decks. Weil die anderen Archetypen einfach von Combo-Decks besiegt werden, von den Decks. Und das war innerhalb von kürzester Zeit gelöst. Und die Meta, die rauskamen, war langweilig. Dann kamen irgendwann Nerves und dann kamen halt, dann war nach, bevor die Nerves überhaupt raus waren, war allen schon klar, dass Midrange-Hunter das beste Deck ist. Die ersten zwei, drei Tage war es lustig, weil die Leute noch ein bisschen rumexperimentiert haben und geschaut haben, ob es nicht wirklich irgendwas anderes gibt. Und dann haben die aber trotzdem alle Midrange-Hunter. Ja, und daraus kam dann quasi eine hierarchische Meta und das ist langweilig. Und du kannst als Blizzard das Problem Meta nicht wirklich voraussehen, glaube ich zumindest. Die werden Tests machen, aber um das so abzubilden, dein Job ist es ein Problem zu bauen, was halt schwierig ist zu lösen. Und das Job vom Schwarm ist es zu lösen. Das heißt, Blizzard könnte sagen, okay, wir versuchen quasi das zu simulieren und versuchen das im Vorfeld zu lösen. Und die Schwachstellen, die wir dann finden, die versuchen wir gar nicht erst in das Problem einzubauen. Drum haben die zum Beispiel Chucky geholt. Aber Chucky ist halt auch nur ein Pro und da sind wir hier auf der Stufe. Das heißt, wenn Blizzard jetzt auf einmal auf die Problemlösungsschiene geht, dann sind die immer schlechter, weil der Schwarm immer am besten ist. Weil der Schwarm so viel Erfahrung damit hat, die Meta aufzulösen. Das heißt, was kannst du noch als Blizzard machen? Das ist jetzt nicht unbedingt, also das kannst du auf jeden Fall machen. Aber als Blizzard könntest du so sagen, okay, wir machen den Schwarm kleiner. Das heißt, wir verkaufen weniger Games. Das ist aus einer Marktlogik nicht machbar. Das heißt, der Schwarm wird weiter wachsen. Was sie sagen können ist, wir wollen die dicken Fische nicht mehr haben. Das heißt, wir killen E-Sports. Das heißt, wir verbieten zum Beispiel E-Sports. Aber wäre eine denkbare Möglichkeit, dass man quasi das Wachstum der Fische begrenzt, der Einzelnen. Was sie noch machen können ist, und da sind wir beim springenden Punkt, nämlich, dass sie hier unten cutten. Das heißt, sie sagen, das hier muss weg. Mass-Data muss weg. Mass-Data ist zu gefährlich und zu effektiv, um uns die Probleme zu lösen. Und das ist der Schritt, den ich eingehen würde, by the way. Weil das ist ridiculous. Wenn du diese Mass-Data zulässt, dann kannst du, also du kannst kein Problem bauen, was nicht innerhalb von kurzer Zeit gelöst wird. Keine Meta. Und dann musst du einfach nur drauf hoffen, dass da nicht irgendwie eine hierarchische Meta auskommt mit einem Deck an der Spitze. Und jeder spielt dann dieses eine Deck. 65, 70 Prozent Hunter auf der Läder. Zum Beispiel. Tja. Das heißt, meine Lösung dafür würde aussehen, dass ich HS Replay und Wishes Syndicate. Und damit aber auch indirekt Deck-Tracker verbieten würde. Ob das machbar ist oder nicht. Oder ob das, also wahrscheinlich nicht irgendwie. Ich weiß es nicht. Rein theoretisch könnten sie es machen, aber ich bin mir noch nicht mal sicher. Sie könnten aber Drittanbieter-Tools verbieten. Rein theoretisch. Sagen, okay, das ist jetzt irgendwie cheaten. Keine Ahnung was. Ja. Und das ist die Story von der Hardstone-Meta. Mal kurz und knapp zusammengefasst. So, falls ihr Fragen habt, haut es mal in die Comments rein. Wer sagt, dass Blizzard ein Problem damit hat, dass die Meta gelöst wird? Eine gelöste Meta ist nicht lustig zu spielen für die Spieler. Und dann hören die Spieler auf zu spielen. Dann wird der Schwarm wieder kleiner. Und dann verkauft Blizzard weniger Spiele. Und dann hat Blizzard ein Problem. Bei Magic gibt es viel mehr Decks in der Meta. Was denkst du, woran das liegt? Magic ist noch nicht hier bei MassData angekommen. Wenn Magic quasi auch hier ankommt, weil HS Replay baut jetzt tatsächlich auch einen Tracker für Magic oder einen MassData-Auslesetool. Wenn wir da angekommen sind, dann wird relativ schnell klar werden, dass es auch dort wahrscheinlich nur wenige Top-Decks an der Spitze gibt. Weil irgendwas ist halt immer besser als das andere. Und wenn alle dann nur noch das spielen, was ein bisschen besser ist, was keinen Counter hat, dann sind wir genau dort auch in Magic, wo wir jetzt in Hardstone sind. Habe Magic von Anfang an gespielt, da tust du auch immer nur dasselbe. Ja, es kommt auf die Rangbereiche an. Weil wenn du hier hinten spielst, bei so den Fischen, die halt so ab und zu mal da sind, aber die nicht connected sind und die klein sind, da findest du alles. Je weiter du hier quasi hinkommst an die Fische, die richtig dick sind und die connected sind, desto weniger Varianz hast du drin. Also Varianz an Decks, weil alle das Beste spielen. Natürlich, drum sind die ja da. Wäre nicht eine Möglichkeit, dass Blizzard sexy bringen, sage alle zwei bis vier Wochen Nass raus, um das Problem zu verändern. Richtig, das ist ein weiteres, und eine weitere Lösung des Problems wäre, dass du quasi ganz schnell dieses Problem immer wechselst. Dass du sagst, okay, ich bringe nicht alle drei Monate irgendwie neue Karten raus und damit eine neue Meta und nerf einmal dazwischen. Ne, alle vier Monate ist es. Und nerf einmal dazwischen, das heißt im Prinzip die Hälfte, das heißt alle zwei Monate verändert sich das. Die Sache ist aber, dann hängst du die hinteren Fische ab. Und die hören dann auf zu spielen, weil die sind halt ultra frustriert, weil jedes Mal, wenn die sich einloggen, irgendwie was Neues im Spiel ist. Und das hier ist nach wie vor der Großteil des Schwarms. Ich könnte hier noch zigtausend weitere Punkte machen. Der Großteil des Schwarms ist halt casual und du hängst die Casuals ab. Aber die Casuals finanzieren dir gleichzeitig dein Spiel. Die willst du nicht abhängen. Das hier ist die Cash Cow im Fischschwarm so gesehen. Das hier vorne ist quasi, das sind nur die Top 1% wahrscheinlich. Aber dadurch, dass die Vernetzungen halt über die Top 1% hier rüber gehen, aufgrund der Tools, die wir haben, ist das halt gefährlich. Wir könnten ja einfach das so schwierig machen, das Problem, oder so schnell ein Wechsel, das ist halt für die Top-Leute weniger schnell lösbar ist. Und dann sind wir wieder fein. Aber das hat halt immer einen Nachteil. Das heißt, wenn du hier versuchst zu patchen, dann hängst du hier, die hier wahrscheinlich ab. Wenn du was Gutes für die Casuals machst, dann vernachlässigst du die Pros. Das sind einfach zwei Seiten einer Medaille und du musst permanent balancen, dass du für beide das machst. Das ist die Schwierigkeit, wenn eine Lösung gleichzeitig ein Problem mit sich bringt. Und die Vermeidung des Problems gleichzeitig die Lösung vermissen lässt. Und umgekehrt. Warum verändert man nicht das System? Jeder kann drei Decks einreichen und der Gegner pickt dann, mit was du spielst, am besten erst ab Legend. Dann brauchen die Casuals auch keine drei Decks. Ja, tatsächlich wäre eine Möglichkeit, quasi Legend und alle anderen Formate zu trennen. Dass man sagt, okay, wisst ihr was, wir trennen das jetzt hier einfach. Und darum machen wir im Top-Legend-Bereich was für die Leute und in allen anderen Bereichen was für die Leute. Das heißt, ja, aber das könnte man zum Beispiel, das wäre eine Möglichkeit. Wenn man das Game einfach komplexer macht, dann wird einfach Magic 2.0. Ja, wenn man sagt, okay, wir machen das Game jetzt komplexer, wir machen das so komplex, dass die Pros quasi zu Casuals werden. Ja, was passiert mit den Casuals dann? Was werden die? Die werden abgehängt. Denen ist das zu kompliziert. Man hat das zum Beispiel an Artefakt gesehen. Artefakt hat gesagt, okay, wir machen halt auch hier die Story hier als Kartenspiel. Aber wir erfinden jetzt Regeln, die so kompliziert sind, dass die Pros quasi zu Casuals werden. Auch wenn die gut werden mit Problemlösen. Wir machen einfach Regeln zum Quadrat. Und Regeln zum Quadrat ist nicht gut für Spiele. Easy to learn, hard to master ist nach wie vor somit das beste Prinzip, weil du hast dann ein Spiel, was sowohl die Pros als auch die Casuals und alle, die dazwischen im Intermediar-Bereich unterwegs sind, stufenlos bedient. Das ist perfekt. Regeln zum Quadrat bedient nur die und nicht die. Drum ist halt Artefakt relativ schnell gestorben. Meines Erachtens. Unterschiedliche Spielmodi? Ja, du musst halt eine weitere Lösung wäre quasi, dass man sagt, wir bauen halt ein Problem, was mit den bisherigen Werkzeugen nicht lösbar ist. Das heißt, wir bauen halt irgendwie das Spiel so um, dass Tracker, Tempo Storm, Vicious Syndicate, Haas, Replay, insbesondere die letzten beiden, nicht mehr die Lösung bringen. Und dann ist aber, das ist eine äußerst schwierige Frage, weil wie würde das denn dann aussehen?